Tevye. Tevye. Was ist? Was hast du denn? Unsere Chava. Sie ist seit heute Morgen verschwunden. Mit Fedja. Was? Ich habe sie überall gesucht. Ich war sogar beim Pfarrer. Der hat mir gesagt, die beiden sind verheiratet. Verheiratet? Geh nach Hause, Golde. Wir haben ja noch ein paar andere Kinder. Geh nach Hause, Golde. Und Chava? Chava ist für uns gestorben. Wir wollen sie vergessen. Geh nach Hause, Golde. Geh! Geh nach Hause, Golde. Chabale, warum gehst du fort, warum tust du uns weh, wenn ich wüsste, wo du bist? Ob du mein Spatz wirklich glücklich bist und ob ich dich wiederseh? Chabale, Chabale, kleiner Spatz, kleine Chabale, du warst immer so ein liebes kleines Ding, oh, wie Papa an dir hing. Zärtlich und sanft war mein Vögelchen, ob ich dich wohl einmal wiederseh? Chabale, Chabale. Zärtlich und sanft war mein Vögelchen, ob ich dich wohl einmal wiederseh? Zärtlich und sanft war mein Vögelchen, ob ich dich wohl einmal wiederseh? Zärtlich und sanft war mein Vögelchen, ob ich dich wohl einmal wiederseh? Zärtlich und sanft war mein Vögelchen, ob ich dich wohl einmal wiederseh? Zärtlich und sanft war mein Vögelchen, ob ich dich wohl einmal wiederseh? Zärtlich und sanft war mein Vögelchen, ob ich dich wohl einmal wiederseh? Vögelchen, bitte, bitte, Papa, versuch uns zu verstehen. Ich soll versuchen, euch zu verstehen. Wie kann ich das? Soll ich denn alles verleugnen, woran ich glaube? Andererseits, wie kann ich denn mein eigenes Kind verleugnen? Andererseits, wie kann ich denn meinem Allerhöchsten, meinen Allerwertesten zuwenden? Leute, so beweglich bin ich nicht! Andererseits, da gibt's kein Andererseits. Nein, Papa, nein, nein, nein! Tradition, Tradition, Tradition! Tradition, Tradition! Tradition, Tradition! Tradition, Tradition, Tradition! Untertitelung des ZDF, 2020